Sie sind hier, 6. Januar 2019, 12.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Vincenzo Griffo spielt ab sofort wieder in Freiburg Urheberrecht Getty Images Offensivspieler Vincenzo Griffo kehrt für ein halbes Jahr zum Bundesligisten SC Freiburg zurück. Die Breisgauer teilten am Sonntag mit, dass sie den 25-jährigen Italiener bis zum Saisonende vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim ausleihen. Bereits von 2015 bis 2017 hatte Griffo 64 Spiele für Freiburg bestritten, dabei gelangen ihm 23 Tore und 27 Vorlagen. Wir freuen uns, dass Vincenzo Griffo sich trotz zahlreicher Möglichkeiten klar für den Schritt zu uns entschieden hat, sagte SC-Vorstand Jochen Sayer. Wir kennen seine Qualitäten, er kennt unser Umfeld, daher wird er keine lange Anlaufphase benötigen. Wir sind überzeugt, dass Vince unser Offensivspiel bereichern wird. Für mich geht es darum, auf dem Platz zu stehen und es war mein Wunsch, wieder nach Freiburg zu kommen, sagte Griffo, der im November sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft gegeben hatte. Bei den Hoffenheimern, zu denen er im Sommer von Borussia Mönchengladbach gewechselt war, kam er in der laufenden Saison aber erst auf sieben Bundesliga-Einsätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017